Hallo Leute und schön dass ihr da seid. Bei einer Runde LS15 mit einfach nur dem Phil Guten Tag! Und auf der Two Rivers Salzachtal in Salzburg oder aus Salzburg, um Salzburg Wir sind aus Salzburg, um Salzburg in Salzburg herum Genau, also mal eine österreichische Map Ich komme ja aus Österreich, dass ich mal Vorteile habe gegenüber dem Phil Meinst du, die hast du die Vorteile? Naja, von der Map her auf alle Fälle Du kennst vielleicht schon die Schleichwege Ja natürlich Das einzige was mich momentan stört da ist ziemlich schön das Wetter und bei uns eigentlich Schnee Passt nicht ganz zusammen Bei uns liegt Schnee aber ich Ja bei uns auch Es schneit auch ganz minimal, so schaut es aus Wollen wir denn unseren beziehungsweise eher deinen Zuschauern weil hoffe ja dass ich dann irgendwann mal welche bekomme Nein Erstmal deinen Zuschauern sagen was wir überhaupt hier was überhaupt der Plan ist Ja hier war definitiv Klo mal aufm Klo Wir haben hier äh Phil, du hast da hier mal hingekackert So wie die Ziegen Die machen ja auch immer so runde Dinger Die machen ja nicht so Ja Klickerchen Genau, du hast da halt ein bisschen länger gepresst und abgebügt Da waren ein paar größere Klinge Ein paar dabei Und hier war ich, das ist ein Spitzer Spitzer? Das ist echt krass Das ist eigentlich ein bisschen so beim Laufen ruckelt Aber beim Fahren Fahren überhaupt nicht Ja das ist halt LS-Standard Ja was wollen wir machen? Was ist unser Plan? Unser Plan ist einfach nur Einfach nur spielen zu zocken Fertig Ohne Plan Planlos durch die Nacht Wir haben keinen Plan Wenn ihr einen Plan habt Dann könnt ihr uns gerne mal einen Plan geben Wir haben keinen Bitte in schriftlicher Form mit Unterschrift Wir werden Forst machen Wir werden Tiere machen Wir werden alles machen Alles worauf wir Bock haben Genau Wenn wir heute nur Bock haben hier hinzusitzen Und einfach nur bullern Auch egal Man kann sich ja leider nicht setzen Ja aber man kann sich ja dücken oder? Geht das irgendwie? Ja mit SDRG Wir haben überhaupt keinen Pfennig Geld Ja ja ich hab gestern mit der Banken redet Jetzt gehört die Leiter zu besern Natürlich zu guten Konditionen So 30 Prozent Zinsen und so Wie war das nochmal? Achso okay Hier muss man nämlich erstmal starten Ja und dann SDRG leert das der Ja Oh ich hoffe Ich hoffe ich hab den Shuffle-Mod rausgenommen Den was? Den Shuffle-Mod das du mit der Leertaste vor zurückfahren musst Äh nö Scheiße Müssen wir bei der nächsten Folge dann rausnehmen Ja Weil das ist ätzend Ja das stimmt Das stimmt Normalerweise Ist das ja Wenn du mit Leertaste kannst um Das ist dieser Shuffle Ja I'm Shuffle-Mod Äh I'm Shuffle-Mod Shuffle-Mod Ich nehm hier mal den Schlepper So wir müssen auf die Bank Wir müssen eigentlich erstmal ein bisschen Äh Kohle besorgen Ja zur Bank Mein Berater erwartet mich schon seit 9 Uhr Hat er gesagt Warte mal Dann haben wir erst 9 Uhr 48 Man stelle dich mal an Ja Weil so was die Bei der Geschäftsminister sind was auch Ich muss mir erstmal hier gucken Was haben wir denn hier überhaupt Tier, Betriebskosten, Fahrzeuge Joja Also ich hab schon so lange kein L.S. mehr Kann ich ihn hier durchschalten nochmal Was durchschalten Mit G Oder was Nehm oben ganz Ach da oben Ja Ganz oben Spielzeit 13 Minuten So Wir haben sogar hier ein paar Sachen eingelagert Oh Gott sehr schön hier Stimmt da müssen wir noch einen Mod dazu fügen Der aus immer den besten Preis ansorgt Hackschnitzel Ja Hackschnitzel Wir haben auch Kalkschweine 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 Da haben wir eh viel aber Kalkschweine Ey wir können sogar deinen Bullermann verkaufen Was ist denn Filter ändern Was Filter ändern Was redest du denn von Scheiß Achso da gibt's hier Da kann ich hier durch die Vorhandenen Geräte Alter Bonnyhof Oh mei da will ich dich inschicken Bonnyhof Das Leben ist kein Ponyhof Nein Warte aber welche Felder Gehört überhaupt schon Felder uns Jaaaa Jaaaa Wotern sich Warte mal Wachstum Fluchtsorte Boah hier ist ja schon überall alles angepflanzt Was ist denn das denn Buhlermann Ne In der normalen Karte siehst du das wenn du neun trickst oder was Ja neun Ne Doch Doch die grüne sind unsere 18,19,20 gehört uns Ziemlich groß ist Ach grüne da oben ja Und 22 ist äh 22 ist Gras oder was Ja aber das gehört nicht uns Ach ne stimmt da ist die Zahl nicht grün genau Da müssen wir einfach da Ober unserer Felder Ja die Leute die müssen mir das noch immer ein bisschen verzeihen Weil ich mein ich hab das LS15 Ich hab nur mal so ne kurze Anekdote nebenbei Ich hab Ed Crafter kennengelernt Da hat er gesagt LS ist der Wahnsinn Du musst dir LS kaufen Da war LS11 war dran Ich sag okay kein Problem Ich kauf mir LS LS11 oder was Jaja LS11 ist cool okay Ich kauf mir LS11 Ich hab's wirklich Komm fahr mal dabei rum Ich hab bis heute keine Minute LS11 gespielt Aber er hat sich's gekauft Weil kurz danach kam LS13 Was hat Ed Crafter Du musst die LS13 kaufen Sag ich ja okay alles klar Ich kauf mir LS13 kein Problem Ich hab mir LS13 kauft Gut das haben wir ja dann auch ein bisschen gespielt Gesuchtet Ja Dann Dann LS15 Ich sag Ed LS15 wie sieht's aus Ja ja cooles Spiel ich kauf mir auch Ich mir LS15 kauft und jetzt Und ihr wisst ja Die ganzen Oh jetzt hab ich hier einen Leitfost umgefahren Äh Die ganzen LS15 zocker Wissen wann LS15 rausgekommen ist Und ich spiel es jetzt wirklich zum ersten Mal Das heißt ihr müsst ein bisschen Äh vorsichtig mit mir sein So Wenn ich manche Sachen nicht so richtig hinbekomme Besonders wenn's dann an Forst geht Hehehe Hehehe Das haben wir ja schon mal getestet Dass das nicht ganz so klappt bei dir Ja Ja gut Das waren ja andere Umstände Als wir das getestet haben Da äh Da war ich nicht Herr meiner Sinne Ja ok Stimmt Da waren drei Promilentos aber Oh Oh Die Straßenverwaltung hat wie was zu tun Ja ja Wahrscheinlich bei dir auch Das lässt sich aber schon Lässt sich aber Ja ich hab einen äh Oh Scheiß Mist Zwei hab ich umgefahren Oh 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 Hier haben wir gerade einen Hofer Hier heißt es sogar Hofer Ja Ja Österreicher Nicht all die Hofer Wir sind bei Hofer Ein Hofer So wir nehmen einfach hier mal den Gehweg Das ist die perfekteste Straße Kann ich eigentlich auch unten die bisschen ran Ah ne ran zoomen kann ich nur wenn ich die neuen drücke Ja Ja Wo ist denn hier Geld hast du dir hat mir nicht gesagt wo die Bank ist Ah hier vorne ich sehe schon Oh 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 Entschuldigung war Absicht Ah Schlag und Grün Wurzeln Ich auch mit diesen Schaffeln Äh Bündnis Schaffeln Die 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 Achso Ich kann nicht raus hüpfen nein Falsche Taste das war das Problem Lass mal laufen weil Lass mal lieber laufen weil man weiß ja nie Wo ist denn der Banker Wo ist denn hier der Banker Ja hier oder da gell Man ey komm Wir müssen hier rein wir müssen nicht Anscheinend will er mit uns nicht reden Ja So ja Wir wollen natürlich Äh Wir wollen Äh Nicht hier irgendwie Cheaten oder so ein Zeug das machen wir nicht Nein Haben wir keinen Bock drauf wir wollen schon fair richtig und vernünftig spielen Die Sachen erarbeiten Aber äh wir wollen euch natürlich auch ein bisschen was zeigen Äh auch wenn ihr schon viele Sachen kennen werdet aber uns zwei Bekloppten einfach Äh ein bisschen 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 Ja Vorteil verschaffen wäre jetzt falsch Aber wir wollen halt äh quasi mit ein bisschen mittelstufigen Maschinen Ja die Langeweile weg haben weil wenn man mit die Schlepper die großen Felder Wenn ihr schaut wie groß die Felder sind äh da sehen wir die nächsten 10 Folgen mal nur im Kreis fahren Das ist langweilig Für euch und für uns Ja auf jeden Fall Eindeutig für alle ist das langweil Ja Ja Wir haben den Mod drauf äh more loan also mehr Kredit Haben aber die Kreditrate ziemlich hoch als ums Ich glaub dreifach erhöht hab ich die Mhm Also es wird kein Zuckerschlecken wenn wir die Zeit schnell haben Wenn wir sie langsam haben ist es eigentlich scheißegal weil da haben wir den ganzen Tag Zeit Aber wenn wir sie schnell haben dann wird's kritisch ich hab's mal kurz angetestet Ja wir wollen's ja Wir wollen's ja auch zurückbezahlen irgendwann wir wollen ja wie gesagt Stadthilfe haben einfach Achso ne falsche Richtung Um dann daneben auch alles machen zu können so dann irgendwann das ist halt alles bisschen aufgebaut Tier Schweine Kühe Schafe Forst Und dass wir dann halt mal unterschiedliche Sachen machen der eine macht das der eine macht das Dann treffen wir uns mal zum Knutschen wieder irgendwo Genau dann gehen wir mal wieder Buller verliebtes Pärchen Dann kommen wir treffen uns da mal am Wald so Oh ja im Wald oh Ja Ja Schön Bei den Rehnen und Zucker Wie Irgendwie Trocknen im Hals Weiß die so mit weißem Arsch und so gell Was weißer Arsch Hast du eigentlich Ach du hast jetzt Geld aufgenommen oder was Ja mal ne halbe Milliarde Ich sehe natürlich nichts davon Ich einmal Du musst u drücken oder i u u was cool u der passwort er ist der kurs er gibt eigentlich so scheißegal ist hier ein anderes gibt ein bisschen anders ich weiß es ja nicht mehr er ist das standard passwort test da steht es doch test jetzt geben wir mal test ein ha guck da neue felder stellen ich habe dir erlaubt dass du Geräte verkaufen darf die erlaubte zurücksetzen was haben wir denn überhaupt für Geräte nochmal da musst du auf P 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 ich habe keine Ahnung ja ich auch nicht vor allemal hallo hallo was ist das hier für ein 4,20 Meter was Rosenlev wie spricht man das aus Rosenlieb Rosen Sampo Rosenlev wahrscheinlich ein stalinisches Auto Sampo Rosenlev meine große Liebe da 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 Mewer kann man auch ja also eigentlich nur Kacke kurzgesagt aber was brauchen wir zu dem Flug brauchen wir definitiv nicht das bestimmt mich einfach hier die Sähmaschine brauchen wir auch nicht, den Grover brauchen wir auch nicht so das kaufen wir neu den Anhänger was haben wir hier was ist das Armeewerk Bullermann so eine Sähmaschine kaufen wir welche brauchen wir nicht aber ja am Abend noch die Sähmaschine hier drin nein die haben wir gerade verkauft das ist äh die ach ich habe eine Düngelsteuer ach so du hast Amazon.de ja ja Amazon haben wir uns nur verschrieben so Sähmaschine haben wir hier wo ist denn hier der? ja ok Sähmaschine haben wir natürlich extrem viele Auswahl hier rein Moment kurz ich muss mal hier ja ja der hat seine Tür gepullert da hat jemand gepullert an die Tür ja die Sähmaschine haben wir natürlich Auswahl ohne Ende das ist klar haben wir da irgendeinen Motoren Güllefässer Spritze ne das war irgendwie nur falscher Alarm hier ey da wollte ich nur jemanden ja gang das waren wahrscheinlich die Nachbarn da findet heute ne richtige fette Party statt Party statt ja wie schon gesagt also Sähmaschinen haben wir halt Auswahl ohne Ende gell ein Stück können wir uns da wirklich jetzt aktiv ach so ich muss ja hier auch mal gucken Sähmaschinen Doppeltkling ah jetzt können wir uns nur diese Federstunt 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 Rapid bist du Rapid-Fan? ne Rapid schreibt man glaube ich in einer P oder? äh meinst du den Fußballklub? ja ja Rapid ist das nen österreichischer Fußballklub? weißt du was mich Fußball interessiert ey ist ne Rapid Wien ne das ist Wien weiß ich gar nicht ehrlich ich hab keine Ahnung Rapid eigentlich hätte man irgendwas gehört Wien Rapid Wien oder wie heißt es Wien ja ja aber es gibt ja gibt ja mehr Rapid oder? Sturm Rapid Gibt's ja auch ich bin Fußballfan im Sinne nur äh keine Ahnung also Deutschland wenn Deutschland spielt klar so Weltmeisterschaft und so gut da hast du als Österreicher ja jetzt ja nicht so naja als Zuschauer schon gell also sowieso nicht beteiligen wir uns als Zuschauer ansonsten bin ich da äh naja so bisschen mal gucken hin und her aber ich bin jetzt jetzt so ein absolut vernatter gar nicht also bei uns ist er da hier in sagen wir mal Luftlinie 100 Meter da haben ist ja unser Verein da unser Ortsverein nicht mehr der interessiert mich weil das einfach nur keine Ahnung aber das Ding kostet der Horch der kostet schon wieder 91.000 ja ich kaufe mal die Sehmaschine da die sehr Rapid gell Feder Feder statt wir sind jetzt einfach mal Sturm Rapid fertig wir haben jetzt keine Ahnung was brauchen wir noch wir haben natürlich auch ein paar äh ein paar Mods haben wir reingetan aber halt nix aber aber erst nix besonderes ich sag mal machen wir's machen wir's einfach so ihr werdet von ganz alleine irgendwann dann immer mehr wenn wir irgendwelchen Mods nutzen dann können wir euch auch sagen welche das sind und ja sie kommen viele stellt Ed ja auch vor viele Mods und wenn ihr da gute Mods habt oder wenn's gute Mods sind dann sind wir natürlich auch immer bereit da gerne Vorschläge entgegen zu nehmen und coole Mods nehmen bin ich immer dafür ich bin eh so ein Mod-Freak und Ed kennt sich da noch am besten aus und dann passt das alles unter zwei dumme ein Gedanke und dann kommt das Gute raus Kommentare unter Kommentare musst du Kommentare hinterlassen äh musst du schreibe Kommentare Mode gut ich könnte ja eine Kuh kaufen als Haustier was sagst du dazu was braucht man noch Stehmaschine und Schaaf das sieht ja fast gleich aus wie du Alter schau mal schau mal unter Tiere und das Schwein hier warte mal jetzt kommt's mir erst warum ist das unter der Standardkategorie es gibt doch keine Schweine in LS der Mod fickt das nicht unter Mod sein sondern unter Standard oder 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 hab ich was verpasst aber die Grafik von dem Schwein ist ja ein bisschen geiler ja aber guck mal ein Schwein kostet 50 Euro und ein Kuh 2500 ja wie groß ist ein Schwein und dick ist das nicht auch so dass es so ja so ich sag mal bei uns soll es im Durchschnitt ein kleines Schwein Ferkel nennt sich das halt kostet so um die 50 Euro rum das stimmt ja Bahn Ferkel kenn ich nur ja in der Größe so circa so Schweinchen kleines Minimi ja was brauchen wir denn eigentlich noch einen Krupper hast du den Krupper hast du auch verkauft gell ja ja natürlich aber noch keinen gekauft ja wir haben ja auch schon wieder so 1000 Millionen zur Auswahl ja da werden wir einfach den Disc nehmen oder Vogelnot was Disc was du hast ein Vogel wo Disc wo ist ein Disc wo ist ein Vogelnot du ja ist doch von Vogelnot ach so da ja 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 stimmt den meinst du er weiß ich nicht oder wir hatten das 6 Meter 6 Meter der hat 8 Meter 8 Meter 10 Meter 12 12 ja wie breit war jetzt die Seemaschine warte ich guck mal ähm die war 6 Meter das heißt der Gruber auch 6 Meter welches ist denn das dann der Vogel ja der Vogelnot ja ja dann kaufen wir den oder ja ok gekauft so jetzt brauchen wir mal dementsprechend die Schlepper dazu sonst wird nichts werden sagen wir dann gleich Mod Schlepper zugreifen ja wie macht man das einfach sind die auch bei Traktoren drin oder wo nein äh oben hast du ja noch wo Kategorie steht hast rechts ein Pfeil Kategorie dann Marken dann Kategorie Mods und da seid wieder alle untergeordnet und da das ist das was wir zugefügt haben genau ja da geht dann wieder auf Schlepper die machen unten ausputz glaube ich die machen die Buda vordermann für die Party heute Abend der geht das bom bom zuerst zusammenräumen ja so Traktoren ach geil ach cool warte bei der Sämaschine steht da wieviel Bär es die brauchen beim Gruber steht da 180 mein ich irgendwas hätte ich da gehört 220 und ach schade hier bei dem Fortschritt steht überhaupt nichts bei 180 also 220 pro Minimum ach das ist aber doof hier bei diesem Fortschritt ja der Fortschritt der hat nicht so viel aber der Fendt Farmer 310 der hat auch nicht boah die anderen die kosten ja schon wieder ja aber die zwei sind definitiv zu schwach für unser Vorhabender ja da kommt ja nur was ist denn eigentlich damit ein deutsch fahr warum achso der hat die Frontlader der ist Frontlader ja das wär aber was wenn hätten wir Frontlader auch die Bärs würden auch noch genügen ja warte was haben wir sonst noch das kann ja das Original Frontlader noch nicht ja weißt du was irgendwie doof ist gell der Fendt ist billiger ganz recht der Forstfender ist billiger als wie der Deutz das ist auch irgendwie ja gut weil der Deutz hat Frontlader ja weil der Fendt hat über 100 Bärs mehr ne 290 360 70 Bärs mehr ja 70 Bärs mehr ja aber Fendt ist generell immer teurer weil das ist halt wieder Modzeige wenn da naja je nachdem wie das angepasst ja was haben wir denn warte mal aber ich würde wenn dann schon den Deutz nehmen mit Frontlader was haben wir denn unter den normalen Traktoren haben wir da nicht auch irgendwas was da passt ja heute also der Deutz ist ja auch drin ist ja Standardfahrzeuge irgendwo da da kostet er 299 fast ja aber ohne Frontlader wir brauchen ja definitiv mit Frontlader Gefährte aber ich würde sagen das entscheidend in der nächsten Folge was sind wir schon wieder rum ja natürlich schon länger wir sind schon vorbei das werden wir in der nächsten Folge nochmal genau unter die Lupe nehmen was wir kaufen und werden vor allem einen Shuffle-Mod rausnehmen dieses diese Shuffle-Lette gut dann würde ich sagen schaut bei den anderen vorbei genau schaut bei den jeweiligen anderen vorbei Link in der Videobeschreibung einfach mal draufklickt und dann kommt ihr genau auf den Kanal und wenn irgendwas wenn euch irgendwas einfällt schreibt uns wenn euch gefällt was wir machen schreibt uns wenn euch nicht gefällt schreibt uns genau einfach schreibt vielleicht nicht nur einfach Daumen nach unten sondern auch schreiben was nicht passt das wäre cool das wäre natürlich cool und bitte wenn dann Daumen nach unten bei einem Film nicht bei mir der hat nichts zu verlieren ich schon in diesem Sinne machts gut haut rein tschüss